Und vielleicht noch ein bisschen Bauch und Vorbau oder ist das dann sexistisch? Ne, oder? Ich lass das. Wieso habe ich das Gefühl, dass die heutige Folge ziemlich fail werden wird? Und, naja, und damit erstmal herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von, nicht Ron, von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi-LP. Und ja, falls ihr gerade überhaupt nichts mit meinem Aussehen anzufangen wisst, dann habt ihr wahrscheinlich die letzten Folgen nicht gesehen. Könnt ihr sehr gerne nachholen. Ich würde mich freuen, weil wir in den letzten drei Folgen dieser Woche am Astronomieturm weitergebaut haben. Vor allem an der Inneneinrichtung. Und ich glaube, dass der Fortschritt sich schon ziemlich gut sehen lassen kann. Ob ich da allerdings recht behalte oder ob ich da recht habe, das müsst ihr selber entscheiden. Also schaut da gerne mal rein. Deswegen gucken wir uns jetzt natürlich erstmal etwas anderes an. Und ich erkläre einfach mal direkt, warum ich glaube, dass die heutige Folge durchaus Potenzial hat, eine Fail-Folge zu werden. Weil, naja, Titel und Thumbnail haben es ja wahrscheinlich schon angeteasert. Ich werde heute versuchen, die Statue von Rowena Ravenclaw zu bauen. Ähm, ja. Und ich habe was vergessen. Hui! Das war knapp. Ähm, wir haben nämlich in den Livestream zuletzt hier einiges an Leder gefarmt. Und wir haben noch bei WarpCobble, habe ich zumindest vor der Folge extra nochmal nachgeschaut. Nicht, dass ich jetzt hier schon wieder faile und wir das doch nicht da haben. Äh, einiges an Zuckerrohr. Und aus Zuckerrohr und Leder bauen wir uns jetzt nämlich Bücher. Und aus Büchern bauen wir uns, genau, Bücherregale. Und aus diesen Bücherregalen, äh, bauen wir nix, weil die brauchen wir halt. Ähm, aber, äh, genau. Die Bücherregale kommen dann in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Und wenn wir eh schon in der heutigen Folge noch ein bisschen mehr daran weiter rumwerkeln, dann bietet sich das ja eigentlich an, auch diese Aufgabe mal direkt vielleicht sogar fertigzustellen. Weil ich glaube, mit der Menge an Leder und an Papier, die wir jetzt haben, sollte das ja eigentlich funktionieren, oder? Hoffen wir es einfach mal. Also, Leder brauchen wir eh am meisten. Ne, warte mal. Papier brauchen wir am meisten. Oh mein Gott, ja, ne, dann kriegen wir das, denke ich mal, definitiv hin. Oh ja, so werden Bücher, ich dachte andersrum. Oh mein Gott, ja, dann haben wir, glaube ich, gar kein Problem, weil wir hatten ja irgendwie sechs Decken Leder. Das bedeutet mindestens sechs Decken Bücher. Ja, weil wir Papier definitiv genug haben. Ja, episch, Leute. Das wird heute was. So, dann machen wir das mal eben alles hier, äh, zurecht. So, warte, ein Stecken, äh, Zuckerrohr brauche ich noch. So, sehr schön. Dann packen wir das hier auch nochmal eben da rein. Kriegen nochmal drei Stecken Papier. Und aus diesen drei Stecken Papier machen wir jetzt ein Stecken Bücher. So, dann brauchen wir natürlich noch Holz, weil, ne, Ich glaube, ich muss niemandem das Rezept für Bücherregale erklären, oder? Okay, gut. Ja, da hätte ich vielleicht heute zehn Jahre mit ankommen sollen, als Minecraft noch neu war. So, ähm, dann machen wir das jetzt mal hier so alles ganz schnell, weil wir wollen uns ja auch nicht Ewigkeiten damit aufhalten. So, ja, wow, Daniel, das hat natürlich, warte, ich brauche mehr Holz, Leute. Mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Nehmen wir nochmal die beiden Stecken, alles klar. So, machen wir daraus Bretter. Und die setzen wir jetzt alle hier rein. So, optimal. Dann halbieren wir die nochmal. So, Bücher, Bücher und Bücher. So, dann haben wir jetzt nur noch eins Decken, easy. Dann machen wir daraus auch nochmal eben, so, zack und zack und zack und zack. Ging es eigentlich schneller als so? Ich weiß es gar nicht. So, dann eben nochmal so. Und da haben wir es insgesamt, äh, anderthalb Stecken Bücherregale. Das sollte sogar für die Aufgabe, die wir jetzt gleich machen werden, reichen, glaube ich zumindest. Wir nehmen uns hier nochmal ein bisschen Holz mit. So, jetzt sollten wir von allem genug haben. Vorsichtshalber nehme ich hier nochmal Schwarz-Eichen-Half-Slaps und Fichten-Half-Slaps mit. Weil, ja, ich glaube, das wäre nochmal ganz gut, wenn wir da ein bisschen Nachschub haben. Dann haben wir auf jeden Fall von allem genug, Leute. Gut, mein Inventar ist wieder ein bisschen zugemüllt, aber das ändert sich gleich. Erstmal Home Raven. So, und da sind wir nun bei unserem ziemlich gelungenen, wenn nicht sogar meisterhaften Ravenclaw-Gemeinschaftsraum, auf den ich sehr neidisch bin. Also, liebe Ravenclaws da draußen, ja, ihr habt definitiv aktuell den schönsten, ja, Gemeinschaftsraum. Allerdings ist der ja, wie gesagt, noch nicht fertig. Denn laut Kanon steht eine riesige Statue von Rowena Ravenclaw genau hier unten, äh, ja, genau, hier so unten drin halt, genau. Ähm, wird eine relativ große Statue und ich glaube, ich muss euch nicht erklären, warum diese Aufgabe, äh, von mir als Fail-Aufgabe angeteasert wird. Also, angeteasert in Klammern. Weil, naja, Statuen. Ich hatte das letzte Mal eine Statue in der Eingangshalle von Hogwarts gebaut. Muss ich euch die zeigen, damit ihr noch wisst, was ich meine. Jedenfalls gibt es nicht umsonst sehr viele Leute da draußen, die mir gesagt haben, Daniel, bau diese komische, blöde Kack-Statue nochmal neu. Und, äh, ja, das aus sehr vielen guten Gründen. Deswegen, mhm, bin ich nicht der Talentierte in dieser Aufgabe. Aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und ich denke, das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und, ja, ich habe eine kleine Vorlage, aber, ja, solche Statuen sind natürlich immer sehr schwer zu bauen. Gerade, wenn man nur Treppen, Half-Slaps und Blöcke zur Verfügung hat. Und vor allem, wenn man einen ganzen Körper bauen möchte. Weil, das möchten wir. Wir werden eine Statue von Rowena Ravenclaw bauen, die nur aus diesen drei Materialien besteht, aus Quarz gebaut wurde. Und, die sowohl Beine, Arme, als auch Körper und Kopf zeigt. Ja, das wird auf jeden Fall ein ganz großer Spaß für die ganze Familie. Und, ja, drückt mir mal die Daumen, Leute. So, Bücherregale haben wir jetzt, glaube ich, hier an jede Stelle gesetzt, genau. Und hier oben haben wir das, ja, genau, mit, äh, Fichten, Half-Slaps abgeschlossen. Gut, dass ich mir davon auch noch welche mitgenommen habe. So, das machen wir mal eben mit dem Animagus. Und sobald wir die Aufgabe geschafft haben, Leute, geht's los. Ich, ähm, ja, hab ein kleines Bild vor mir liegen. Diese Statue, die ich, äh, ja, zumindest ansatzweise, ich weiß noch nicht, ob ich die nachbauen werde. Kann auch sein, dass ich mich davon nur inspirieren lassen werde. Weil ich, das, glaube ich, eh nicht so direkt umsetzen kann. Ohne dafür eine, ja, Schritt-für-Schritt-Anleitung zu haben, wie es bei Lego zum Beispiel der Fall wäre. Aber, ja, ich denke mal, wir werden die auch in einer ähnlichen Position bauen. Und, ja, wichtig ist halt einfach, dass sie nicht zu groß wird. Dass sie nicht zu viel Platz einnimmt. Und vor allem nicht zu breit wird. Weil wir haben nur dieses Stückchen hier. Die darf auch nicht mit der Lampe hier in Konflikt kommen. Und meine Entscheidung ist, ehrlich gesagt, aktuell die, dass, ähm, ja, dass die Statue maximal so bis zur Hälfte der zweiten Etage kommt. Also so grob überschlagen. Gut, lang genug gequatscht, Leute. Jetzt geht's ins Eingemachte. Wir tun uns jetzt hier erstmal, äh, ja, die Blöcke, die wir brauchen, ins Inventar. Ja, so, genau. Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo sitzt diese lustige Figur eigentlich. Also, wo sind die Beine? Ähm, und ich glaube, wir lassen die Figur mal, ja, genau, mit diesem Block aufsitzen. Ist richtig, Daniel. Warte, wir wollten da, oder ich wollte da eigentlich gerade eine Treppe hinbauen. So, das ist jetzt der Fuß. Genau. Äh, wieso mach ich das hier eigentlich? Ähm, dann würde ich sagen, setzen wir da mal so einen hin. So. Äh, nee, wartet mal. Wir müssen das irgendwie anders machen. Ich glaube, wir setzen mal eben so eine Treppe dahin. Dann können wir hier drauf einen Block... Ja, das sieht doch schon eher nach einem Fuß, beziehungsweise auch nach dem Anfang eines Beines aus, oder? Ja. So, dann würde jetzt direkt das Knie kommen, weil wir müssen, wie gesagt, mit der Höhe aufpassen. Ähm, das Knie ginge dann dahin und das können wir auch noch so ein bisschen abwinkeln. Na, wobei, ja, dann wird das Bein zu fett. Dann, nee, dann wird das zu fett. Moment. So, dann machen wir das so. Und, ja, viel größer baue ich... Ich glaube, das ist sogar das ganze Bein, Leute. Weil, wenn das hier nur das Knie ist, dann muss das Bein ja mindestens doppelt so lang werden. Dann haben wir die erste Etage schon fast überschritten. Nee, das geht auf jeden Fall nicht. Da müssen wir... Ja, also machen wir es so. Ähm, die Statue wird... Ja, wie breit wird die? Normalerweise müsst ihr die jetzt hier setzen. Weil sonst sitzt sie nicht exakt in der Mitte. Und ich weiß, dass mich das auf Dauer triggern würde. Oder, wartet mal, wir machen die nicht ganz so breit. Warte, wir setzen die hier hin. Wir bauen dasselbe nochmal neu. Nur einen weiter innen. Dann wird die Statue drei breit. Was uns zusätzlich nochmal hilft, das Ganze nicht zu klobig wirken zu lassen. Weil je breiter wir die Statue bauen, umso fetter muss sie natürlich auch werden. Weil sonst gibt es, glaube ich, Proportionsfehler. Äh, gut. Das hätten wir jetzt. Dann bauen wir hier den Fuß aus. So, dann geht das Bein hier relativ gerade nach oben. Sitzt hier einen weiter hinten. So, ich setze euch mal eben gerade kurz ein paar Fackeln hier rum. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass es hier aktuell ein bisschen dunkler ist. Liegt daran, weil das Server-Team hier eine Spoilerschutzwände hingebaut hat. Also hier, ne, gelbe Wollewände. Was ich sehr gut finde. Aber was natürlich das Ganze hier auch sehr dunkel macht. Ähm, genau. So, warte. Den Elderstab nehme ich mir einmal. Dann kann ich nämlich ein bisschen rumfliegen. Jetzt haben wir hier schon mal die beiden Beine angedeutet. Und ja, da müsste jetzt eigentlich der Körper kommen. Den machen wir jetzt erstmal ganz grobmotorisch, würde ich sagen. Einfach so ein bisschen fetter. So, genau. Easy. Vielleicht bauen wir den auch noch einen weiter nach... Aber ich glaube, da arbeite ich da mit Treppenstufen, oder? Ja, ja, ja. Daniel, das solltest du. Ja, ist nicht ganz zerkehrt, finde ich. Ähm, eigentlich bin ich ja gar nicht... Also, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass ich solche Aufgaben gar nicht kann. Auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen eingebildet klingen mag. Aber, ähm, erinnert ihr euch noch an die Kammer des Schreckens und an diese Schlangenkopfstatuen? No joke, Leute. Da bin ich heute noch stolz drauf. Ich habe diese Schlangenkopfstatuen wirklich komplett alleine gebaut. Ohne Vorlage, ohne mir vorher Gedanken zu machen, einfach drauf losgebaut. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen optimistisch sein will, könnte man daraus eventuell schließen, dass ich ein bisschen Fingerspitzengefühl für Statuen habe. Weil die Schlangenkopfstatuen sind echt mega geil, Leute. Und das bin ich... Da traue ich mich jetzt ausnahmsweise mal, mich selber zu beweihräuchern. Würde ich mich normalerweise nie trauen. Aber bei einer Aufgabe, wo ich mir so sicher bin wie bei der... Doch, ich finde auf jeden Fall, dass das sehr gut gelungen ist. Ähm, ja, genau. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass das dann auch hier der Fall sein wird. So, äh, das ist glaube ich nicht... Ne, wartet, da müssen wir... Wartet, so. Der kommt weg und dann kommt da nämlich nochmal eine Treppenstufe hin. So. Jetzt haben wir aber auch den Körper so ein bisschen von den Beinen getrennt. Sieht eigentlich ganz nett aus. So, jetzt geht's nach oben. Jetzt kriegt die gute Rowena, nämlich natürlich auch ein bisschen Buddy. So, und den Buddy, den setzen wir ihr... Äh, ja. Warte mal, wir machen erstmal den Kern des Körpers. Und verfeinern den dann später. So. Bestimmt gibt's da irgendeine mega geile Vorgehensweise, wie man sowas normalerweise baut. Nur kenne ich die halt leider nicht. Äh, so. Ja, das wäre ein sehr dünner Körper. Ich glaube, wir müssen den Körper generell noch ein bisschen schmaler machen. Sie ist einfach zu fett. Sie ist einfach zu fett. Und, äh, Rowena Ravenclaw war eigentlich eine grazile Frau. Zumindest, wenn man nach den Bildern geht, die da kanonisch sind. So. Genau. Dann nehmen wir uns mal Half-Slaps, machen hier den Übergang ein bisschen dicker. So. Genau. Da ist der Körper auch ein bisschen, ja, fülliger. Aber, gut, jetzt müssten hier so ungefähr auf die Höhe die Arme hinkommen. Was man natürlich hier eigentlich ganz gut darstellen kann, indem man die Treppen als Schulteransätze nutzt. So. Und so. Genau. Und vielleicht noch ein bisschen Bauch und Vorbau? Oder ist das dann sexistisch? Nee, oder? Ich lass das. Nein, Leute, nur Spaß. Mach nur Blödsinn. So. Ähm, nehmen wir den nochmal weg. Äh, ja. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir mit dem Arm hier so um die Ecke kommen. Äh. Ja, so kann man doch Achseln andeuten, oder? Ähm, ja. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu feinmotorisch hier gerade. Also im Sinne von, dass ich zu viel Wert darauf lege, dass alle Körperpartien sichtbar sind. Aber irgendwie, ja, finde ich das halt wichtig. Keine Ahnung. So. Ähm, jetzt, der Arm geht jetzt, äh, wartet mal. Der Arm geht jetzt, äh, nee. Das ist irgendwie komisch. Warte, den nehmen wir nochmal weg. Ja, wir müssen auf jeden Fall den Körper an sich noch ein bisschen dreidimensionaler machen. Ähm, das machen wir einfach mal mit ganzen Blöcken hier. So. Ja, das sieht, das sieht deutlich besser aus. Hier würde ich nur Treppen hinsetzen, damit der... Ja, damit könnte man den Allerwertesten... Oh, guckt mal, die hat sogar den Allerwertesten. Da, der Allerwerteste. Ist halt ein bisschen sehr makaber groß, aber... Ne? Ist ja nicht unbedingt verkehrt. So. So, so sieht der vielleicht noch ein bisschen schöner aus, oder? Guckt mal. Das sieht echt aus wie, äh, etwas Menschliches. Hat so ein bisschen was von einem Transformer. Ja, aber, äh, ja. Ist halt schwer, Leute. Man kann halt nur ganz schwer solche komischen Statuen bauen. Ja. Ich geb mir ja schon Mühe. So, jetzt haben wir allerdings ein ganz kleines, kleines, mini-großes Problemchen. Nämlich, dass diese Statue hier vier Steine breit ist. Was natürlich zur Folge hat, dass wir den Kopf nicht mittig setzen können. Äh, das ist jetzt in der Tat äußerst ungünstig. Wollen wir überhaupt einen Halsansatz bauen? Weil im Grunde reicht ja eigentlich auch, ähm, das hier als Halsansatz. Und dann setzen wir hier den Kopf drauf. Ja, das ist doch eigentlich ausreichend. So, und der Kopf, der kommt dann hier so hin. Das wird dann so ein fetter Quadratschädel. Und, ja. Leute, es geht doch schon in die Richtung. Also, es ist eine menschliche Figur, oder? Die Arme gefallen mir noch nicht so ganz. Sie sehen noch ein bisschen aus wie von Bernd das Brot. Ähm. Ja, wie gehen wir dat denn am besten an? Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Treppe ansetzen. Ja, und dann geht der Arm hier so runter, würde ich sagen. Aber dann steht die halt irgendwie so schollstramm so da, ne? So die Arme so voll von sich abgestreckt oder so. Oder wir bauen nur einen Arm so nach unten. Ja, in der Vorlage ist das auch so. Ähm, dann könnte man vielleicht auch hergehen. Und, ja. Ich weiß, ich rede gerade eigentlich nur über die Bauaufgabe, Leute. Aber finde ich gerade äußerst wichtig. Weil, ja. Diese Bauaufgabe mit der steht und fällt alles. Also zumindest was den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum angeht. Weil wir wollen das ja unbedingt hier... Also ich hoffe, ihr wollt das auch möglichst gut hinbekommen. So. Und ich weiß, dass ich gerade wieder viel Blödsinn vor mich her quassle. Ich bin halt sehr, 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 sehr angestrengt gerade, Leute. So. Haare könnten wir sogar auch an... Ja, bestimmt so, Daniel. Ähm. Wir könnten Haare andeuten, indem wir hier so Treppen dran bauen. Dann hat sie halt so eine Topffrisur. Und hier müssen wir auch noch definitiv für ein bisschen mehr Dreidimensionalität, äh, ja. Uns darum bemühen. Weil aktuell ist das noch nicht so ganz der Fall. Ich frage mich aber, wie man diesen Kopf hier dreidimensionaler bauen möchte. Also man könnte vielleicht hergehen und hier so noch das machen. Und dann so. Und, ja. Dann wäre der Kopf zumindest ein bisschen breiter. Im Grunde gefällt mir das. So. Ja. Äh. Man könnte vielleicht noch hinten für ein bisschen Haaransatz, äh, sorgen. Dass man, sag ich mal, hier so lang geht. Und dann würde ich jetzt, glaube ich, aber eher mit Hive Slabs arbeiten. So. So. Ja, Moment mal. Das ist eigentlich ziemlich nice. Weil jetzt können wir hier wirklich noch so ein bisschen, ja, ihre Haarpracht ausbauen. Je mehr Körperpartien wir achtgeben, umso cooler, finde ich. So. Haare sind angedeutet. Hier ein Arm, der nach vorne geht. Leute. Warte mal, was sind das? Achso, das sind die Haare, die wir von hinten angedeutet haben. Okay, vielleicht lassen wir das doch weg. Das könnte ein bisschen sehr verwirrend sein, was das darstellen soll. Also nehmen wir die Dinger nochmal eben weg. So. Upsala. Genau. Wobei, dann würde ich auch hier Treppen dran setzen. Ähm. Ja, jetzt wird es echt schwer, hier dran weiterzubauen. Äh, weil, weil, weil ich eigentlich so ein Gerüst bräuchte. Aber noch geht es mit dem Animagus einigermaßen. So. Genau. Dann setzen wir da eine Treppe hin. Und. Ups. D-d-d-da eine Treppe hin. Genau. So, Leute. Und da haben wir erstmal eine vorübergehende Statue von Rina Wavenclaw. Allerdings gibt es ja natürlich noch die Möglichkeiten, ein bisschen mehr Feinheiten mit einzubringen. Und wo ist die Treppe nach unten? Ach, da. Okay. Äh, ja. Dann machen wir das nämlich jetzt auch nochmal eben kurz. Und dafür brauchen wir einerseits Nether-Zäune. Wir brauchen Knöpfe. Und, ja. Das sind so erstmal die Grundideen, die ich da habe. Knöpfe natürlich für die Augen. So. Und, äh, ja. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht so ganz genau, wie viele Details wir gleich noch einbringen werden. Aber die Nether-Zäune als so quasi die Möglichkeit, dass sie so einen Stab halten kann, finde ich ganz cool. Vielleicht nehmen wir auch einfach Holz. Ich nehme einfach Holz-Zäune, Leute. So. Und dann, wie gesagt, noch Knöpfe. Aber dafür nehme ich mir hier einfach die Clearstones. Und dann, glaube ich, muss man die einfach nur so hier reinpacken, ne? Ja. Knöpfe, zwei Stück. Das sollte reichen. So. Sehr schön. Dann Home. Raven. Oh, Leute. Ich bin echt gespannt, wie das fertig aussieht. Ich bin hin- und hergerissen, ob ich sagen soll, yo, das war ein erfolgreiches Manöver oder nicht. So. Da sind zwei Augen. So. Jetzt die Zäune. Die packen wir hier so hin. Äh. Zack. Zack. Und zack. Genau. Und dann fliegen wir nach oben. Und dann geht's natürlich hier weiter. So. So. Und ja. Wie groß machen wir jetzt diese... Also, ich würde oben gerne noch irgendwie was cooles dranbauen. Als wäre das so ein Magier-Stab quasi. Vielleicht einen blauen Glas... Oh. Ne, warte. Ähm. Irgendwie einen geschüsselten blauen Block wie einen dieser hier. Oder so ein Diamantblock oder so. Der würde sich wahrscheinlich auch dafür eignen. Warte. Aber einen, glaube ich, kann man den noch höher setzen. So. Ich lasse das erstmal frei. Da würde ich mir nochmal was überlegen. Aber. Insgesamt. Also, klar, Leute. Man kann nie eine perfekte Figur hier in Minecraft umsetzen. Aber mit den Möglichkeiten, die ich habe, ist das doch eigentlich ganz nett, oder? Ihr müsst das nicht sagen, nur weil ich das jetzt sage. Ihr könnt auch gerne sagen, dass ihr es blöd findet. Aber. Doch. Ich bin eigentlich für die Möglichkeiten, die es gibt, sehr zufrieden. Oh. Man kann das sogar noch um die Ecken setzen. Warte. Vielleicht ergibt das nochmal so ein bisschen mehr. Naja. Das sieht jetzt eher aus wie so ein Axolotl, oder? Das sieht irgendwie weird. Naja. Das sieht weird aus. Warte. Dann tun wir das nochmal weg. Das auch nochmal weg. Sieht das jetzt besser aus? Ich will halt die Haare andeuten. Aber irgendwie wirkt das eher wie so ein Echsenmensch oder so. Ja. Äh. Bitte, liebe Ravenclaws. Fühlt euch nicht beleidigt, dass ich eure Hausgründerin derart dargestellt habe. Es ist nicht böse gemeint. Und ich mache das auch nicht, um euch zu ärgern. Genau. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnt haben. So. Warte. Den Stein müssen wir auch nochmal eben kurz rausnehmen. So. Was ist eigentlich mit den Blöcken hier? Kann man die nicht auch rausnehmen? Warte. Dann setzen wir da einen Halfslap hin. So. Das ist die Hüfte quasi. Sollte es wahrscheinlich darstellen. Ähm. Ja. So gefällt mir das eigentlich. Da könnte man vielleicht nochmal Ecksteine reinsetzen. Die Folge ist jetzt schon ziemlich gut weit. Also wir werden jetzt nicht mehr so lange hier dran weiterbauen. Aber zumindest haben wir ein Ergebnis. Und die Frage ist jetzt, ob euch das gefällt. So. Warte. Die Treppen können wir noch so dran setzen. Ja. Das gefällt mir noch ein bisschen besser. Also ich bin ehrlich zu euch, Leute. Der Körper an sich. Den finde ich eigentlich ganz schön. Gibt Schlimmeres. Die Beine finde ich an sich auch schön. Und man kann zwischen den Beinen hindurchlaufen. Das ist immer super gut und wichtig. Sie hat einen coolen Stab. Zwei Augen. Und man erkennt es als Statue. Die Frage ist jetzt, ist es eine schöne Statue? Wenn ja, dann lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst mich das auch gerne wissen. Weil, ja, da wird definitiv bestimmt noch ein bisschen was verändert und angepasst. Aber, ja. Vielleicht könnte man die Statue auch noch einen nach vorne setzen. Das ging ja natürlich auch. Wobei, ja, es geht eigentlich fit. Nur, dass der Kopf nicht ganz mittig sitzt. Aber gut, müssen wir auch nochmal gucken. Insgesamt, doch, bin ich ganz zufrieden. Ich würde es jetzt erstmal lassen. Bin aber offen für eure Meinungen. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare. Und, ja. Ich gucke nochmal eben kurz, ob wir noch Bücherregale irgendwo setzen können müssen. Wie auch immer. Aber ich glaube, wir hatten alle Bereiche hier. Ja, genau. Die oberen Bereiche sind noch nicht safe, wo da Bücherregale hinkommen. Und hier haben wir überall welche reingesetzt. Nice, Leute. Ja, damit ist der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum nochmal ein bisschen weitergeführt worden. Und zwar ins Positive, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn ihr meine Rowena Ravenclaw genauso sexy findet, wie ich sie finde. Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und auch gerne Verbesserungsvorschläge. Am besten mit Bildern, wie ihr das machen würdet. Und, ja. Dann bin ich sehr gespannt. Freue mich auf euer Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau.